So dann wollen wir mal weiter machen hier mit Pokémon Ranger Ich weiß... Achtung Steinschlag Da waren wir mal Stingen nehmen und haben sie schon? Die Frage ist wo ist hier Steinschlag noch? Irgendwie... Nein will ich nicht Gut, nicht aber hier Ähm... Wunderbar Ich dachte es wäre ein Pokémon, aber es ist ein Mensch und dazu noch ein Ranger Du bist das perfekte Testobjekt Dann lass uns mal sehen, was diese Pokémon können, die ich gerade mit meinem neuen Funkcom gefangen habe Und dreimal Zubart, wie langweilig Aber könnt ihr mich sicher denn so super schaden Wenn ich mal Und durch die Gegend rumfliegen und mich nerven, weil ihr ja nämlich zu dritt seid Oh Gott Das ist so simpel Und ich verkack hier trotzdem Nein! Doch, geht doch So simpel und ich verkack trotzdem Nervig Zubart bevorzugt dunkle Orte, zum Beispiel Höhen, es greift mit Ultraschallwellen an Okay Ultraschall, nicht super schaden So egal, was ist das gleiche Äh, geht es hier Richtung Ausgang? Danke, man sitzt sich Ah, bin ich froh, dass du gerade im Kampf nicht dabei war Aber wir können mal nicht mal Wenn du so darauf bestehst, ich muss jetzt mal wieder reinkommen Weil ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe Aufgrund meiner Arbeitszeit Ja, arbeiten, und let's play, das ist ein bisschen schwierig So, wunderbar Gefangen, locker Alldidi 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 So Ah, ich glaube, das hatten wir noch nicht egal Wer ist der Speicherpunkt? Krabi und Krabi und Krabi und Krabi und Krabi, hab ich da jetzt Lust drauf Ja, ich hab jetzt Lust drauf Das legendäre Pokémon erscheint nicht Es ist dunkel und ich habe Hunger Und an dir reagier ich mich jetzt ab Also eine Krabbe zum Essen ist aber ganz gut Verordert Ding in die Freude Okay, du kannst Blumber, du kannst einen Klammergriff Äh, und ich geh auch mal rein Autsch DAS FIECH MACHT Schaden DAS FIECH MACHT Schaden DAS FIECH MACHT Schaden Rote Stärke Aua, das ist zu weh Hier bin ich, Kripo Tag Hab ich mir doch gedacht, ich könnte das mir hingerausen Nein! Hier bin ich Oh, ganz ruhig Kommt zu mir hingelaufen Das ist nervig Autsch, das ist nervig Das ist sogar zu mir hingelaufen, Kommt Nee, 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 das geht gar nicht Okay, dann machen wir es anders So wie es geht, das funktioniert, das ist halt anders Los, Pichu! Äh, nein, Klüssel, Mann Wunderbar Wunderbar Die dauernd angreifen Oh Gott Mann, Mann, Mann Ja, nein! Ach komm, das darf doch wohl nicht wahr sein hier Ah, nochmal jetzt Konzentrieren Nochmal Faceball Kopf gegen den Tisch Und dann los geht Mann, jetzt komm Hast du ein Krabhammer, ein Klammergab Und da was weiß ich nicht Ah, ja sicher, dreimal hintereinander Viermal Na, jetzt laufen wir raus Nein Einen weiter Verdammt Ah, ich brauch den zwar plus billig Das geht doch locker auf Ja Wurde das nicht so oft angreifen Wurde das nicht so oft angreifen Wurde das nicht so viel Schaden machen Wurde ich ja mal überlegen, das einfach zu reflektieren Die Linie offen zu halten Wunderbar Egal So einfach geht das Ich suche mir ein bisschen Ärger und ich kriege einen auf dem Deckel Das bezeichnen, man wolle es ja malig, oder? Gott, lass mich erst mal speichern Bitte lass mich speichern Bitte lass mich speichern Ich hablo wieder, blablabla Dankeschön Viel Spaß weiterhin Ja, werd ich an Bin ich jetzt hier fertig? Ne, dafür was Ah, ich braun Dreier Hauer Bin ich einher? Hallo Ah, hier muss es doch was sein Ein Dreier Hauer Macho Mai, bitte Irgendwo Ganz viele Kaper da wieder Das hat man ja schon beim letzten Mal schon gesehen Ich find's ja geil, dass ich mich hier auch mit der Tastatur bewegen kann Hm Ähm Oh, da sind ja noch mehr Ich glaub wir sind noch lange hier Ich glaub wir sind noch lange hier nicht fertig Ah, weißt du was? Ich glaub ich fang nicht mal Ich brauch nicht mal Ich glaube nämlich zu wissen, dass hier das erste Problemkind ist Das erste Problemkind, an dem ich lang hing, als ich das Spiel das erste Mal gespielt hatte Oh Gott Na wir werden sehen Zuerst bräuchten drei Jahre Zweimal was Oh, hallo Du bist ein Ranger, was glaubst du was du hier machst? Attacke! Ja Ich rette die Pokémon von deiner Tyrannerei Oh Gott, nicht schon wieder sowas Wie musste das sein? Drei Viecher, die ganz schnell umherlaufen Alles geht gut Autsch Nein, 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 nein Au! Oh, das ist nervig Das ist nerviger als so ein Kributak irgendwie Weil Nicht von der Schwierigkeit her Sondern einfach darauf Die sind ganz locker gefangen Die sind ganz locker gefangen eigentlich Aber Nein, die müssen ja so schnell umherlaufen Dass man die ja noch nicht locker fangen kann Oh, bleib doch mal stehen Ernsthaft Verdammt, das war Nein! Hm Autsch So langsam reicht's mir Komm, Alter Magnitilo halt nicht mal Nee, ich hab keine Lust Ich hab keine Lust auf so weit Das nervt einfach nur Das nervt Die sind so einfach Die sind so einfach So einfach Die sind Mist sicher Aber nein, die müssen nicht so Aber nein, die müssen nicht so Das war dumm, das war ein Fail, ja toll Ach man! Jetzt komm her! Mann, bleib doch mal stehen! Es gibt nicht! 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 Jaa- Warte! Seid ihr, wie nervt dich das ist Es ist doch einfach nur a part Ja, komm, weg nicht Naaaah! Ja, toll. Mach das weiter. Oh, Nummer 1. Autsch. Das kostet hier ja echt einiges in Schaden. Ich merke es. So nerviges Mist wie ich. Ja, toll. Jetzt habe ich den Strich zu weit nach links gezogen und dann hat mich der linke gedrückt. Na, klasse. Na, komm, Alter. Oh. Das ist nervig. Das ist einfach so abartig nervig. Oh mein Gott. Das ist so einfach abartig nervig. Das ist nicht schwer als zu sein, sondern nervig. Nein, ich bin nicht verärgert. Ich wäre sogar mächtig beeindruckt, wenn du das schaffen würdest, mich zu verärgern. Ich brauche den fürs nächste Level. War toll. 200. 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 11 Umkreisung, what the fuck. Ah, doch so schlecht. Die Fanglinie ist nicht lang genug. Oh Gott, der kann auch noch, nein. Nein, kein Bodyjack. Hast du dich, Ariana? Wir treffen ihn jetzt mit voller Wucht, ich bitte ruhig. Sehr gut. Oh, Mann. Warum ist dieses Spiel? Ja, 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 ja. Ouch. Ich hätte auch leicht ins Auge gehen können. Nein! Scheiße! So eine Füchstung. Ja, 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 klar. Ich hasse es, ich hasse es einfach, wenn die Pisa mal umherrücken müssen. Ja, klar. Mann! Nicht gegen die Wandboxen. Mann! Genau, Boxen. Sagen. So. Autsch. Was ist so her? Meistens verkacke ich das auch einfach nur aus reiner Dummheit. Ich halte hier an. Nein, 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 das war natürlich, das war auch so. Ich hätte nicht gedacht, dass der so weit kommt, aber okay. Oh, dieses Spiel macht mich jetzt schon fertig, so früh, nein, nein, ich will das nicht. Ja, toll, mach es ruhig, mach es ruhig, ich hab da nichts dagegen. Boah. Ja, war klar, war klar, war klar. Warum auch nicht, ne, war klar. Aua. Autsch, das war dumm. Aua. Mach es ruhig, mach es ruhig, mach es ruhig, mach es ruhig. Ach es ist einfach so nervig, dass es wie man ging, die Wandboxt zu machen, jetzt kommt es nicht zu mir. Und wieder meine eigene Dumme, Horeich beflottet mich! Lalala! Nein, 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 nein... Kürmisch Obst aber gar nicht ein Jahr jetzt Tor das ist sicher für eine Reichweite habe ich das mal das wird ja fast die um Zahn die Welt nein es muss natürlich die Nieder nach was klar was war mir das klare zwar so klar natürlich natürlich guckt euch diese reichschweite an so krank und jetzt genau ne ich will es nicht riskieren natürlich natürlich ach komm ganz einfach geht er weg natürlich ja ich sterbe ich sterbe hier in diesem dämmlichen Mistik nein 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 es kommt hier hin es kommt hier hin es kommt nein das nicht leck mich schon mal schmarrn seriosly anders geht das ja wohl nicht hier oh Gott man oh du Bis zum nächsten Mal.